Hey Leute, was geht und willkommen zu meinem ersten Let's Play im Singleplayer. Und zwar spiele ich heute Woos, wie man auch unschwer erkennen kann. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Neu. Strategie-Fan. Bestätigen. Kommt jetzt gleich so ein Vorspann, da bin ich erstmal leise. Achso, jetzt. Was? Ihr Nest, over. Prometheus-Identität noch unbekannt. Prometheus unbekannt. Over. Admiral Canaris ist nicht mehr in Flößenburg. Die Deutschen haben ihn nach Schloss Kolditz verlegt. Canaris verlegt nach Schloss Kolditz. Over. Hat mich eingeschlichen. Wurde sie leicht entdeckt. Bitte wiederholen. Over. Ein Auch. Ein Auch. Nachtigall. 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 Was zum Teufel machen wir denn noch hier? Ich dachte, wir sollten längst mit Sheridan in Berlin sein und ein paar Fräuleins küssen. Der General will es so. Und einem Drei-Sterne-Helden widerspricht man eben nicht. Wie viele willst du? Gib mir vier. Aber warum gerade hier? Ich dachte, wir hätten ein Rendezvous mit den Russen an der Elbe. Na, angeblich sollen wir ein hohes Tier aus einem deutschen Gefängnis holen. Na, und das Oberkommando dachte, dass nur Sheridan so eine Aktion hinbekommt. Du willst vier? Ich will das Ass sehen. Ich hab ein Ass. Gib mir vier. Zeig mir das verdammte Ass! Rührt euch. Der Rest der Armee zieht ohne uns los. Wir haben eine Sondermission. Durchbrechen der deutschen Linien bei Leipzig. Und die Einnahme von Schloss Kolditz. Gestern. Schnelligkeit hat höchste Priorität. Wir können den Deutschen keine Zeit lassen, sie zu verhören. Ist das klar? Jawohl, Sir. Hey, Kowarski. Ich wette, du hattest nicht mal ein Bild. Oh, Mann, General. Danke für Ihren Einsatz, Joe. Wir wissen, dass sie hier in Schloss Kolditz ist. Gleich auf der anderen Seite der Stadt. Das ist Pech für Leipzig. Wir müssen da mitten durch. Ja, es wird ein Rennen gegen die Uhr. Joe, werden Sie es schaffen? Auch ich will unbedingt herausfinden, wer dahinter steckt. Also los. So. Also, ihr seht schon, ein Strategiespiel. Und ich finde die Grafik gar nicht so schlecht. Also, muss ich schon sagen, ne? So. Let's go. Das könnte jetzt langsam auch mal fertig sein. So. Ich habe das Spiel schon mal ein bisschen angezockt, aber ich kann das auch nicht wirklich, also... Ja. Gut. Die Truppen warten auf ihre Befehle, Joe. So. Was ist das? Panzerabwehr. Ja, okay. Also, ja. Die Grafik ist eigentlich nicht schlecht so. Ne? Hier, ein paar Panzer. Was ich auch übelst geil finde, zieht euch das rein. Hier. Ne? Das ist schon geil. So. Und jetzt gucken wir mal. Fährt der Panzer jetzt mal? Gut. 50 EP. Sehr schön. Okay. Sir, die Pershings erwarten ihre Befehle. Okay. General, Sie müssen das Südufer des Flusses für die leichten Divisionen sichern. So. Mit einem doppelten Mausklick wählen Sie alle gleichen Einheitenarten in der Nähe aus. Okay, das ist ja bekannt. Zum Ziel und bewegen Sie den Ghost dicht an den Feind heran. Mit linker Maustaste angreifen. Der Ghost wird zu einem Fadenkreuz und zeigt die Trefferchancen an. Sehr leicht. So, Trefferchancen. Sehr leicht, okay. Achso, okay. Das habe ich eben schon gesagt. Ich dachte, es wäre vielleicht was anderes. Go, go. Sehr schön. Was geht hier drüben aus? Was geht hier? Okay. Ah, es gibt Bonusziele. Sehr schön. Was ich auch übelst geil finde, ist, dass es jetzt hier zum Beispiel so Flugzeuge gibt. So, angreifen. Bam. So. Okay. Let's go. Was kommt da vorne nochmal? So Panzer? Hier wäre es mit hinfahren. Mein Gott. Wie die hier alle verrecken. Wie er daneben geschossen hat. Okay. Nach dem Erfüllung eines Missionsziel wird das Spiel automatisch gespeichert. Sehr schön. Schwere Panzer sind ideal gegen ihre Verteidigungsstellungen. Beeilen Sie sich. Sie müssen so schnell wie möglich den Fluss überqueren. Was geht denn hier hinten ab? Krass. Was ist das? Sie starten einen Gegenangriff. Kümmern Sie sich darum. Was für ein Gegenangriff, Alter. So, angreifen. Okay, alle kaputt. Sorry, Leute. So, jetzt. Mal hier. Was ist das überhaupt? Okay. Alliierte Fallschirmjäger. Stürmen Sie Schloss Golditz. Wir kümmern uns um den Rest. Okay. Das nützt nicht so viele Einheiten. Wir müssen uns beeilen, General. Nur unsere Agentin in Golditz weiß, was hier vor sich geht. Okay. Dann los geht's. Okay, Angriff. Auch richtig lustig, wie groß die sind. Also jetzt nicht mehr, aber eben. So, ne? Wie bei Stratego. Falls ihr das kennt. Okay. Erst den vordersten angreifen. Sehr schön. Okay. Los geht's. Hammer nice. Das Oberkommando befiehlt die Bombardierung der Stadt. Hammer nice. Zählen wir erst das in Turnpfeile oder das Bildschirmrahmen steuern. Achso, okay. Ja. Aber das find ich mit der Maus besser. Bin ich dran gewöhnt. Okay, von der Seite kommt auch noch was. Schwere Einheit. So, vor Rücken. Was geht denn hier oben schon wieder ab? Hammer nice. Okay, sehr schön. Vor Rücken. Alter, dass sich auch alle abschießen lassen. Dort ist das Schloss. Sir, wir haben Berichte über ein Bataillon schwerer Panzer. Finden und vermichten Sie sie. Die Wahlschloss Kolditz entsetzen. So, schwere Panzer gesichtet. Let's go. Ja. Killt sie doch. Sehr schön. Schießt sie ab. Nice. Kommt schon. Bäm. Bäm. Hammer geil. Und seine Kampfbomber sind auf dem Weg, Sir. Angreifen. Boom. Okay, sehr schön. Oh. Verbündete Kampfbomber im Anflug, Sir. Wobei ich den zurückziehe. Die auch angreifen. Ich mutiere mich gerade auch ziemlich oft, weil ich habe ein bisschen Husten. Gerade und deswegen, ja. Fantastische Arbeit, Joe. Sehr schön. Da wären wir. Mal sehen, ob wir auch schnell genug waren. Das ist unsere letzte Chance, Prometheus zu identifizieren. Der Dreckskerl hat viele gute Leute auf dem Gewissen. Das kann sein. Okay, anscheinend haben wir es geschafft. Okay.